Das war das Signal. Na, App-Bot. Ich will kommen auf meinen Kanal. Ich begrüße mich hier zu einem weiteren Let's Play. Das soll ich bitte für dich ausgeben. Und Server in Neverland. Ja, okay, sprecht mit uns bitte. Ich hätte gerade geschrieben, dass die Wetten jetzt noch, äh, dass sie wetten können auf Polly oder Tobi. Achso. Ja, okay, das wäre auch möglich. Also wenn sie was gewinnen wollen, dann sollten sie besser auf Polly wetten. Schatz, denk dran. Tief zielen. Ich will ja kein Pferderabu machen. Immer das Pferd als erstes. Allgemein aufs Pferd zielen. Ist die Lokalrange weit genug, dass man das wirklich alles lesen kann? Ja. Also ich sehe nichts. Hast du was geschrieben? Wir sehen nichts. Wir haben dein Schrein gehört. Ich schülle schon. Warte. Ja. Ja. Ja, ist gut gewesen. Ich habe mir gedacht, die Wetten werden davor gebracht. Ein kompletter Ges... ... und ganz Sieger. Die müssen aber das Geld eben müssen die aber auch überweisen, gell? Wie funktioniert das? Schrägstrich pay... Ich schreibe schon im Schnitt. Okay. Das wird Uro überwiesen, gell? Ja. Wie ist denn die Quote überhaupt? Polly. Hier läuft so ein komischer Elch rum. Kannst du den noch wegmachen? Wenn du aber auf dem Gold setzt, kriegst du die Zähne raus. Da muss ich jetzt mal drei bekommen. Kriege ich eigentlich auch mal von dem Wetteinsatz, wenn hier irgendwer auf mich wettet? Nein. Das wäre Schieber. Aber das wäre eigentlich nur ihr Recht. Nein. Du kannst ja nicht an dem Gold von anderen verdienen. Kannst du betrügen, ne? Aber ich könnte ja Uro verklocken und die ganzen Wetteinnahmen klauen. Guck mal. Guck mal. Hahahaha. Hahahaha. Polly not found in any playoffs matching. Jetzt kommt mal hin, weil sonst stört mein Pferd an all der Schwäche hier Nur den ersten Arm eingeben So Ich bin jetzt auch nicht dafür, dass wir das so... Okay Ja, das ist nur älter, oder? Achso, genau Nee, nur ura-dach Da ist er, Schatzi, denk dran Geht gleich los Ich finde, das ist kein Player Also, was soll das? Sollen wir jetzt eigentlich nur aufs Pferd zielen, oder auch auf den Spieler? Auf was du willst So, aufs Horn wird losgeritten, ne? Ja Ein halt getroffen Ich hab nichts gehört Achso, so lange wird es einer totes, oder was? Stopp, 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 stopp Jaja, ich hasse Pferde Du musst auf die andere Seite rüber Jaja, und das macht die Radiusen so ein Scheißteil So, jetzt geht es. Jetzt hab ich was gehört. Jeder getroffen. Ach, Mann. Und ich abgab beide vorbei. Das kann ja mal nicht dauern. Oh Gott. Ich war zu weit weg. Ja, du bist gut. Ja. Sie hat auch geübt, würde ich sagen. Ja, eben. Ich nicht. Klar, du hast Antilopen getötet. Och Gott. Ich ruf mich immer erst richtig gut in die Tür. Das hat wehgetan. Oh, jetzt hat sie auch getroffen. Schäber. Holly hat nur 40 Leben verloren. Holly, 100 Leben ist weit. Ich bin nicht mehr mit dem Pferd. Ich bin nicht mehr als eine Mauer rein. Ja, und ich muss mich erst mal positionieren. Ey, das wird blaues muss man weg. Ja, ist aber immer zu schnell. Ich bin zu langsam mit meiner Dreherei. Ich kann das nicht mit dem Pferd. Und dementsprechend dauert das bei mir länger. Dann kommt das Horn schon. Polly reitet schon. Und dann haben wir ein Problem. Dann bin ich zu weit weg und klappt das nicht mehr mit dem Koordinieren. Okay. Okay. Fertig? Ich denke ja. Ich habe keine Ausnahmereise gehabt. Boah, der hat... Das war... Das war... Ich habe blau gewonnen. Ja. Damit hat sie verloren. Wer ist jetzt rausgeflogen? Polly Pink? Ich? Weil ich keine Ausdauer mehr hatte. Keine Ausdauer. Ah! Okay. Weil ich ja wegen Torbi hier warten musste. Oh, jau! Ja, damit hat es... Damit hat Torbi gewonnen. Weil die ganze Zeit ganz so... Hattest du oder was? Nein, ich musste mit dem Pferd... Ich musste mit dem Pferd warten und dann hat es auf ehemal keine Ausdauer mehr gehabt. Keine Ahnung warum. Okay. Hm. Naja, Schatz. Das war unerwartet. Der Pferd hat den Pferd, ne? Okay, wo jetzt mit dem Pferd hin? Äh, stellen sie bitte hinten irgendwo. Ne, ne, steh jetzt nicht nach hinten. Stell sie einfach nach hinten. Rausreiten und hinten hinsteigen. Also die Person jetzt sozusagen, die auf Torbi gewettet hat, kriegt jetzt alles. Die Person, die was auf Torbi gewettet hat, kriegt einen guten Einsatz. Die anderen haben, äh... Du hast... Also da hast gut gewettet. Die, die was auf Torbi gewettet haben, kriegt jetzt gut. Der Pferd hat den Pferd. Ah, okay gut. Äh... Hinten, ich weiß jetzt nicht wo hinten ist. Kommt das jetzt da an der Seite, ich stelle. Ich fand das jetzt... Einfach... Da, wo sie vorher gestanden sind. Einfach da hinten. Hinten auf die Straße. Packt sie einfach hinten auf die Straße, dass sie weg sind. Damit die keiner nehmen kann. Ja. Ja, ich steh jetzt hier mal. Ja. Einfach hinten auf die Straße, links, rechts, da... Oh Mann, ey. Ich seh das schon kommen, ey. Auf die Straße. Und die Rüstungen könnt ihr damit an die Kiste reinlegen, wo ihr sie raus habt. Oh, ich seh grad, ich hab... Hey, hey! Juhu! So. Das hab ich jetzt nicht bestanden. Hat dich jetzt das Pferd rausgekickt oder ihre Lanze rausgekickt? Sie hatte keine Ausdauer mehr und deswegen ist sie aus dem Sattel geflogen, weil Torbi getroffen hat. Okay. Weil ich vorher 100 Jahre warten musste. Wie kannst du durchs Warten eine Ausdauer verlieren? Ich weiß es nicht, die war auf einmal weg, wo das Horn losging, da war bei mir die Ausdauer weg. Okay. Hast du die Lanze die ganze Zeit unten gehabt? Weiß ich nicht, hab ich? Ja. Hattest du. Ich hab auf Torbi geachtet, bist du denn da endlich materiell geflogen? Du hast die ganze Zeit im Angriff. Ja. Du hast aber noch ein bisschen Belastungskillen, sonst kann ich dir wohl nicht glauben. Let's go. Ja, ich will auch mal killen. So, äh, ich kill kurz den blöden Huster. Weil die Viecher können hier einen Weg stellen. Also es tut mir leid, Polly, aber ich bin mit dem Pferd nicht so gewandt. mmmm. Und ich nehme die Schindleere hier. Wie ihr seid da schon hinten rein. Ich habe doch nicht mehr P. Ich bin mit boost, wer die nächsten sind. So, das hast du geschrieben. Wir brauchen nichts mehr. Ja, ist gut. Nehmt euch eure Farbe und eure Pferd. ich habe geschrieben wer sich umziehen soll wer dran ist da sitzt aber irgendwer nicht angezogen auf seinem pferd wer jetzt sitzt auf dem roten pferd nein du hast nicht die richtige als was falsch geworden also dann muss ich muss ich jetzt die echt anziehen ist ja nichts wieso hast du eine andere rüstung weil du irgendeine falsche reingelegt hast du hast eine verbesserte reingelegt wie das aussieht deswegen nur verbesserte drin sie wurde sie war nicht angezeigt in deinem anzeiges von der optik hast du jetzt noch die dings rüstung die ja jetzt wird so harald ich fülle dein leben auf also jetzt ist da harald gegenseitig also ich habe jetzt hier das grüne pferd aber die pinke rüstung das ist das falsche haus ja leute ja du bist im blauen hast ein rotes pferd und bist in der blauen rüstungskammer leg alles zurück doch hier ist die rote und warum ist das so durcheinander also eigentlich musste hier die rote sein die was auf dich zutrifft weil das ist auch nicht die richtige rüstung was du da hast wer hat da rumgepfuscht ich war gerade im blauen zelt und habe das in die linke kiste wieder zurückgelegt ich glaube er hat ja nämlich deine rüstung irgendwie angezogen oder für ihn jetzt keine ahnung auf alle fälle das sind zwei kisten drinnen jetzt da im roten das kompatrot gefärbt sind ich war in diesem ich war hier drin so wie ist die rote keine ahnung die lag da drin so die habe ich hier rausgeholt irgendwie hat die farben wieder gelöscht aber ist egal helfe ist zumindest drauf das hat nix hat es im bonus harald wenn du willst kannst du was essen wenn du was dabei hast nach der schlinge der drecksack dann seid ihr komplett seid ihr komplett gleich ich auch ich benutze das pferd so oft du kennst dich ja ich habe fünf gold auf harald gesetzt warte mal erst mal gucken wie der steuerung alles klar ich glaube die sind alle nicht die geübtesten ganzen weiter ich auch nicht als ich muss dabei sein ist alles leute ich habe ein treffer zwei treffer Warte, ich muss nach links, oder? Ja, nach links. Oh Gott, ich bin bei der Sonne. Tschüss. Wuhuuu! Hui! He he! Ich würde nicht gerne mal da zu neben sein. Oh, du bremst irgendwie mal ab, habe ich das Gefühl. Na, ich bin voller Breiten hier. Also, es sind beide gleich auf, was Leben angeht. Das ist ein spannender Kampf. Harald ist ein kleines bisschen mehr. Warum sehe ich denn? Muss auch Kopf zielen. Jetzt ist es ganz am nächsten Fall. Du bist ganz schön da drüben. Ja, ey, ich steuere ihn, ganz ehrlich, ne? Wolltest du durch die Mauer? Ja, ich muss erst mal näher rankommen hier. Ja, Harald ist gerade gut in Führung. 330 Leben gegen 270. Oh mein Gott. Kann ich gerade vergessen zu laufen, denn, weil ich habe keine Ausdauung. Ich werde regeneriert nicht. Man muss stehen bleiben. Ich stehe, ich stehe. Dann steig ab. Dann steig ab. Dann steig ab. Dann steig wieder auf. Dann müsste sie jetzt wieder Ausdauer haben. Jetzt geht's wieder. Interesting. Kannst du jetzt auf Englisch bitte gehen? Ja. Irgendwer rennt da nämlich gerade in der Stadt rum. Ja, gut. Alter, ich brauche mehr Schaden auf den Lanzen. Es gibt irgendwie bessere Lanzen oder so. Ja, stärkere oder verstärkere oder sowas, ne? Das ist aber ein langer Kampf diesmal, he? Ja. Ich glaube, wir sollten so fünf Lanzengänge begrenzen und dann gucken, wer am meisten Leben hat. Ja, die hätten wir ja schon links erfüllt, hier. Zwei stärkere Lanzen. Zwei stärkere? Ja. Nur zwei. Nicht mal die stärkeren Lanzen, was wir haben. Okay. Zwei Stück. Und dann gibt es hier eine Brille, dann kann man die Brille, die immer rausgehen für die nächsten zwei. Alles klar. Und dann müssen wir halt immer noch die zwei Lanzen. Oi, da ist Blut geflogen. Hat man gesehen. So, ja, das wäre die schwere, panische und leicht peutanische. So, sind wir übermorgen noch hier. Ja, das stimmt. Äh, warte mal, Coli, nicht so schnell immer. Lass uns mal richtig drehen hier. Oh, der Scheiß. Fanny, geh ab. Jetzt. Okay, wir nehmen die leichten. Wir hatten ja zum zugleich. Ah, Coli, ich schmeiße die raus. System, man hat ein Kampf mehr abgeben. Wir können das nächste Mal wieder nehmen. Jupp. Zwei, komm zu der Messer. Das ist Kampfer. Die anderen Lanzen können alle weggewinnen. Das ist überhaupt nicht meins. Also, Uru hat sein Vernehm anscheinend immer noch nicht gefunden. Sehr einfach. Ich wollte nicht hier. Dann war wieder nichts. Eigentlich hätte ich den Hilfen müssen, so wie das Ding war. Keine Ahnung, ich ziele auf seinen Kopf. Ich habe genau drauf gezielt. Ja, muss dann kurz treffen. So, das war es erstmal. Wir nehmen wieder. Mit einer Folge. Ja, ist noch nicht so einfach. Also, seit nächstem Mal wieder mit dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen. Ja. Dankeschön, bis zu schauen. Bis zum nächsten Mal. Hey, niemand ist hier der Oberprofi. Es ist halt so. Einfach zum Profi. Jetzt zähl davon. Jetzt zähl davon. Oh, das war ein Volltreffer. Jupp.